Willkommen bei Take-Off Media. Sie bekommen von uns Hollywood zu Hause. Und von Storm Audio seit Neuestem die MK3-Version der renommierten 3D-Elite Surround-Vorstufen, die als Basisversion mit 16 analogen Kanälen des Weges kommt. Jetzt für rund 1000 Euro mehr als in der Vorgängervariante. Und auch bis zu 32 Kanäle sowohl digital als auch analog aufgerüstet werden kann, dank des modularen Aufbaus. Inwiefern jetzt die MK3, deren größter Differenzierungspunkt offensichtlich die neue Optik ist, Produktrefinement auf hohem Niveau darstellt oder ob man eher in die Kategorie denken müssen, alter Wein in neuen bzw. französischen Schläuchen, das möchte ich im Verlauf des nachfolgenden Videos mit Ihnen zusammen ergründen. Viel Spaß! Heimkino-Genuss in Vollendung Wir sind jetzt hier übrigens wieder in unserem neu gestalteten Büro-Besprechungsraum als Heimkino mit integrierter Vorführmöglichkeit. Ja, und vielleicht sitzen Sie auch schon bald hier im Rahmen eines Sachsenheim-Workshops, damit wir zusammen hier Heimkino durchplanen können. Jetzt nutzen wir die Möglichkeit von der lichtdurchfluteten Umgebung hier, uns mal die MK3 anzuschauen. Erstmal von außen, denn das soll ja der große Unterschied zu MK2 sein, die ich mal eben ganz kurz ins Bild hole. Welches Design Sie jetzt präferieren, ist völlige Geschmackssache. Und man kann natürlich auch überhaupt die Debatte darüber starten, ob wir jetzt ernsthaft über Designunterschiede bei Geräten sprechen sollten, die ohnehin in 80% der Fälle irgendwo in einem Serverschrank verschwindet. Aber gut, damit wir es erledigt haben, MK3, nicht mehr ganz so schlicht wie die 2er, die hat so eine durchgehende Optik hatte, hat sich da halt groß abgesetzt von der 1er. Die hatte noch so eine richtig fette Metallfront und kleines Display, ist also ein bisschen konventioneller aus. Das hier etwas stylischer, aber sehr schlicht und unaufgeregt. Das ist eigentlich so vom Ansatz her so der Tesla unter den Vorstufen. Fällt nicht groß auf, eckt nicht an, generiert jetzt keine großen Emotionen rein von der Front, aber niemand stört sich dran. Die MK3 geht da den Weg, dass Storm Audio so ihr gezacktes Donner-Logo aufnimmt, um dann hier diese mit ganz dünnem Aluminium beplankten Seitenbereich hier dann noch ein bisschen zu akzentuieren. Und zusammen mit dem größeren Display hat man so eine etwas frischere, modernere Optik, wenn man es denn jetzt so positiv auslegen will. Interessant ist, dass wir auch die Endstufen bei Storm Audio, die technisch noch dieselben sind, von der MK2-Optik jetzt auch in der MK3-Variante bekommen, sodass Sie dann die Möglichkeit haben, das Ganze bei entsprechender Wunsch in Ihrem Wohnzimmer exponiert darzustellen. Dann muss man jedoch die Diskussion wieder aus dem Keller holen. Ja, was machen wir jetzt mit Blu-ray-Player, mit Subwoofer-Endstufe, mit Apple TV, mit Netzwerk, Switch und Co.? Denn da hat natürlich keiner solch eine Optik, da tut man sich hiermit leichter. Silberne Variante gibt es Hüben, wie drüben keine. Immerhin, wenn Sie schon auch keine Mikrofonlösung mitbekommen, gibt es bei beiden die 19-Zoll-Winkel, die wirklich praktisch sind für die entsprechende Installation. Und eine Fernbedienung. Juhu! Zwar auch kein High-End-Gerät, aber funktionell und wir sind ja dankbar. Immerhin ist hier gegenüber der MK1 nach wie vor ein Infrarot-Empfänger auf der Front drin. Das war bei der MK1 hinten über den Stecker an der Backplate noch ein bisschen anders. Generell MK1, weil ich gerade davon spreche, das ist so die Ur-Storm-Audio. Auch die wird heute noch sehr intensiv gepflegt und bekommt fast alle Firmware-Updates mit, die es auch hier gibt. Aber mittlerweile haben sich große Fortschritte getan, gerade im Bereich der Lautstärkestellung und der Wandler. Sodass vom Verhältnis her die MK3 sehr, sehr nah an der MK2 ist, während die MK1 dann doch schon an vielen Stellen spürbar eine Entwicklungs- und Produktionsgeneration älter ist. Ich zeige Ihnen auch hier nochmal ein paar interessante Details in dem Direktvergleich. Und solange ich hier die Kabel, der klemmt hier, wegbringe, noch kurz ein paar Grundgedanken zum Thema Storm-Audio. Falls Ihnen die Marke neu ist. Bei Storm-Audio liegt der Gedanke darin, dass Sie die beste Vorstufe der Welt kaufen und Ihr Leben lang benutzen. Klingt jetzt ein bisschen ins Romantische gezogen, aber im Wesentlichen ist es das. Die kommt aus dem professionellen Bereich, war lange Zeit ein Teil der Auro-Technologies-Firma, die diese dann mitentwickelt hat. Auch der Wilfried van Beelen hat sich damals mitbeteiligt, bis die dann sich selbstständig von Auro gelöst haben, um dann eben in Zukunft dann auch freier zu sein, was den Umgang mit anderen Kodex betrifft. Und das, was die Storm-Audio auszeichnet, ist, dass wir hier eine selbstprogrammierte Software haben, die viele Dinge ermöglicht, die man jetzt eben nicht beim klassischen Consumer-Gerät kann. Also parametrische Equalizer, Klangpresets, Routing, digitale Frequenzweichen, solche Dinge kann das Storm-Audio, weil hier sehr viel an Software-Know-how drinsteckt, um das Maximale rauszuholen. Und weitere Besonderheit liegt hier hinten drin. Sie sehen hier diese Module. Das ist bei der MK3 ganz genau dasselbe. Ich zeige es mal von hinten. Hier sehen Sie jetzt sehr schön, wie unterschiedlich man die Geräte bestücken kann. Die MK2, die hier vor Ihnen steht, die trägt jetzt zum einen die standardmäßig 16 analoge XLR-Ausgangssektionen hier vor. Die haben wir identisch auch hier drüben bei der 3er. Wo die sich jetzt unterscheiden, ist, dass ich hier drüben in dem Fall jetzt hier 32 digitale Ausgänge über AES-EBU-Schnittstellen habe. Das sind digitale Schnittstellen, wo ich dann direkt von hier in zum Beispiel eine Endstufe gehen kann. Eine Subwoofer-Endstufe zum Beispiel. Und dann kann man hier switchen. Möchte ich jetzt einen Kanal analog haben oder digital, dann kann man auch drin die Lautstärke beeinflussen. Soll die Lautstärke auf digitale oder analoge Ebene geschaltet werden. All das ist ja möglich. Hier habe ich auch noch mal einen Digital-Eingang für 16 Kanäle. Denn diese MK2, die kommt in unser Mix-Studio, in unseren Sennelator. Und da gehen wir mit einem Mix-PC rein. Deswegen haben wir die so ausgestattet. Diese MK3 hier, die hat 32 analoge Ausgangskanäle, was hier auch gleich die Maximalbestückung darstellt. Es gibt auch noch eine Zwischenversion mit 24. Und dann sieht man hier noch die Module, wo dann auch noch andere Slots lieferbar sind. Zum Beispiel das AES-760-Board, welches dann auch mit Dante kompatibel ist. Über Audio over IP kann man dann darüber arbeiten. Und das ist so dieser Gedanke. HDMI-Board ist übrigens auch austauschbar. Das ist jetzt in beiden Fällen, wenn Sie jetzt, ich drehe das Video im August 2022, eine Storm-Audio kaufen, hat die, wie bei der MK2, auch hier erstmal noch das HDMI 2.0-Board drin, von Panasonic, mit zwei Digitalausgängen, die jetzt besonders gut genutzt werden können. Dazu später im Bereich Software. Und es kommt eine HDMI 2.1-Schnittstelle. Es ist noch nicht ganz klar, ob dies noch in diesem Jahr schafft oder Anfang nächsten Jahres. Wenn Sie das Gerät bei uns noch direkt kaufen, bis die HDMI 2.1-Karte rauskommt, kriegen Sie diese hier kostenlos zum Selbsteinbauen nachgeschickt. So viel mal zum Grundaufbau und zur Idee von Storm-Audio. Thema Lüftung. Da fällt Ihnen jetzt vielleicht was auf, wenn wir mal kurz, übrigens beide Geräte gleich hoch, gleich tief, gleich breit. Es ist wirklich nur die Frontklappe oder Platte. Und diverse Kleinigkeiten. Und jetzt kommen wir zu einer solchen Kleinigkeit. Ihnen fällt vielleicht auf, dass wir hier ein anderes Schlitzlayout haben wie hier. Und wenn man genau hinschaut, dann sehen Sie hier, dass da ein kleiner Lüfter sitzt und hier nicht. Und weil Sie ganz genau hingeschaut haben, ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass die Gehäusedeckel hier schon entschraubt sind. Im Übrigen, das sind durchaus solide Gehäusedeckel, Resonanz optimiert, finde ich gut. Da ist auch bei der MK3 erfreulicherweise alles beim Alten geblieben. Manchmal wird es ja weggespart. Das ist hier nicht der Fall. Schwing. So. Gucken wir mal auf die Netzteilsektion. Das Netzteil ist mit Ausnahmen vielleicht von irgendeinem Bauteil, was wegen Liefergeschichten jetzt von einem anderen Hersteller kommt. Aber sie sind quasi identisch vom Layout. Nur vom Lüfter nicht. Hier sehen Sie einen kleinen Lüfter, der speziell beim Altschalten manchmal so dieses typische kleine Lüfter zieht einmal Hochgeräusch macht, während der hier mit Silent-Komponenten ausgestattet ist. Und obwohl wir keinen Kunden hatten bisher, der sich bei der MK2 beschwert hat, dass die ihm zu laut ist, hat Storm Audio gesagt, wir gehen hier noch konsequenter diesen Silent-Weg und sorgen dafür, dass die idealerweise nie hörbar sein soll. Das ist übrigens auch hier nochmal ein Vorteil gegenüber der Core 16, die eher vom Lüftungsniveau und von der Lautstärke sich eher noch in dieser Richtung bewegt. Noch nicht mit diesem Lüfter zum jetzigen Stand daherkommt. Also das war jetzt vom Lüfter dieser kleine Unterschied hier. Für die anderen Details werfen wir mal einen Blick in das Innenleben. Und natürlich sieht das jetzt auf den ersten Blick mal sehr unterschiedlich aus, weil die Geräte eben eine andere Ausstattung mit reinbringen. Aber ein Griff zu meinem Handy sollte es in die Möglichkeit versetzen, da jetzt zusammen mit mir nochmal eine Stufe genauer reinzuschauen. Zunächst mal vom Grundlayout machen wir es jetzt hier ein Beispiel von der MK2. Hier drüben das Netzteil mit einer Abschottung gegenüber den restlichen Komponenten. Gibt es übrigens nicht in der Core 16. Dann haben wir hier das Processing Board, das Decoder Board etc. Wir haben bei der Storm Audio sehr viele verschiedene Prozessoren für eine höhere Rechenleistung, als wir das bei consumer-orientierten Geräten haben. Und deswegen ist eine Storm standardmäßig schon immer in der Lage vom Processing bis zu 32 Kanäle zu handeln. 24 Kanäle davon können diskret als Kanal dekodiert werden und 32 Kanäle kann man dann durch digitale Frequenzweichen oder Subwoofer-Mappings dann insgesamt abhalten. Gucken wir uns nachher im Bereich Software nochmal genauer an. So, hier drüben ist dann die HDMI-Platine, die habe ich vorhin schon erwähnt. Ja, und dann haben wir letztendlich hier das Analog-Board für die standardmäßigen 16 Channels. Und in dem Fall jetzt hier da drüben noch diese eine Zusatzkarte und da hinten noch die zweite für die digital Ein- bzw. Ausgänge. Ja, und ein Blick hier drüben in die MK3 beweist uns, das ist vom Aufbau her dasselbe. Gut, hier drüben haben wir jetzt nicht die Kühlschlitze wie hier bei der MK2. Das ist halt hier ein bisschen anders gemacht mit dem Lüfter. Aber ansonsten das Tupfengleiche HDMI-Board. Ich zeige es mal in dieser Perspektive. Da sieht man, dass die wirklich gleich sind. Auch hier selber Hauptprozessor. Ich gehe auch hier mal in so eine geht das mit dem Weitwinkel? Ja, sieht man hier. Ich kann es auch mal gerade hinstellen. Vielleicht ist es dann der Perspektive besser. Also da schenken die sich nichts. Wo es aber Unterschiede gibt und vielleicht sehen Sie das jetzt gerade in dieser Perspektive ganz gut. Das sind hier diese Kühlkörper. Die sind hier etwas größer gehalten und etwas kleiner dimensioniert bei der Dreier. Gleichzeitig scheint es so, dass bei der Dreier das ganze Layout noch mal etwas entschlankt wurde im positiven Sinne. Denn wir kommen hier vom Digitalboard und die Info haben wir leider nicht von Storm Audio bekommen, was denn danach hier passiert. Auf jeden Fall wurde uns versichert, das wäre klanglich auf absolute Homogenität mit MK2-Niveau optimiert. Also man kann auch so eine Digitalkarte jetzt hier ausbauen und in diese hier reinbauen. Trotz allem halte ich fest, dass wir hier noch zusätzliche Chips haben. Das ist ein Sechskanal-Koppler, der hier bei der MK3 nicht mehr im Signalweg ist. Weiteres Detail werfen wir mal hier einen Blick bei der MK2 auf diesen Kabelstrang hier, der hier so relativ groß durchs Gerät durchgeht. Es ist in der Summe recht aufgeräumt. Wir haben jetzt hier eine Grundarchitektur, die nicht auf PC-Architektur ist, sondern komplett ein audio-optimiertes Gerät darstellt. Und die ganze Steuerung erfolgt dann hier über diesen Raspberry Pi PC oder Modul, welches hier drinsteckt. Und hier, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt hier so hingehe, da steckt dann eine Speicherkarte drin. Ja, hier sieht man sie ganz leicht rausschauen. Ich zoome da mal mal hin. Ich hatte schon einzelne Fälle, wo beim übereifrigen Ausschalten die Speicherkarte Probleme gemacht hat. Und da musste man die einmal hier kurz raus und dann nochmal neu formatieren. Darüber wird das ganze Gerät hier gesteuert und der Rest, wie gesagt, Audio-Hardware. Audio-DSP-Chips, keine PC-Hardware. Was klanglich ein potenzieller Vorteil ist, auch weil Storm Audio hier das Prinzip verfolgt, dass alles jitteroptimiert ist, das heißt, möglichst wenig verschiedene Übergaben zwischen unterschiedlichen Wandlern. Zusätzlich sind noch die verschiedenen Baugruppen voneinander entkoppelt, was die Masseführung betrifft. Da hat man im Sinne der Klangqualität gearbeitet und jetzt weniger auf Datenblatt beeindruckende Angaben. also wer hat die höchste Sampling-Rate nach wie vor und jetzt gehen wir mal rüber zu MK3, ist die Idee hier eine Heimkino-Maschine zu haben, die einheitlich mit 48 Kilohertz vom HDMI-Board bis hinten zum Duckboard sich dann durchzieht und möglichst wenig Jitter produziert. So, und vorhin habe ich ja nochmal, jetzt gehen wir nochmal hier kurz zurück, vorhin habe ich über diesen Kabelstrang gesprochen und den Raspberry Pi, der hier hinten dran sitzt und merken Sie mal diese Sektion, wie die aussieht und wir ziehen jetzt mal kurz um zur MK3 und merken Sie es, diese Sektion ist deutlich auch hier entschlankt worden, da fehlt ein Kabel und der ganze Raspberry Mini-PC ist jetzt hier eingezogen in einem deutlich neueren Modul mit laut Storm Audio deutlich höherer Zuverlässigkeit was jetzt nicht weiß ist, ob das Teil noch mehr Leistung hat, aber das berechnet ja nicht den Klang, sondern dient zur Verwaltung, deswegen ist das unerheblich, aber so diesen Unterschied, der ist dann doch mehr als ich jetzt bei der MK3 vermutet habe, jetzt habe ich es nochmal für Sie so aufgestellt, hier MK2, dort MK3. So, das war es jetzt mal zum Thema Hardware, man muss natürlich auch nochmal ganz klar dazu sagen, wenn Sie sich das jetzt hier anschauen, was hier drin steckt an Hardware, das rechtfertigt natürlich jetzt nicht, wenn man jetzt hier nur nach Gewicht einkauft oder nach Opulenz der verwendeten Bauteile den Kaufpreis von weit über 15.000 Euro jetzt hier bei so einer MK3. Was man bei so einem Gerät primär bezahlt, ist das Engineering, der Umstand, dass diese ganzen Chips, die da drin stecken, mit viel Manpower, manuell, vom Decoder bis hin zum Processing, Implementation von D-Rack, mit Software gepflegt, wurden, entwickelt wurden und immer noch deutlich weiter entwickelt werden. Also Storm Audio bringt gefühlt alle zwei Monate eine neue Firmware raus, die viele neue Funktionen mitbringt und die Produkte leben dann dadurch auch sehr lange. Also eine MK1 hat heute noch fast alle Funktionen, die Sie jetzt auch mit einer MK3 bekommen. Also es geht immer nur um die Hülle, die Sie einmal kaufen, stecken sich die Karten rein. Klar, eine MK1 hat jetzt zum Beispiel hier beim Wandlerboard nicht die ganzen Fortschritte drin, die bei der MK2 eingearbeitet sind, was Rauscharmut betrifft. Da ging es noch um ganz andere Themen, aber im Wesentlichen ist die Idee der MK2 oder auch 3 wirklich modular, ohne PC-Technik, mit DSP-Technik, hoch modularisiert und mit individuell programmierter Software. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Update ist durch und Sie kennen das Spiel. Die IP-Adresse von der Storm haben wir ja gerade eben ausgelesen. In den Browser Ihres Vertrauens eintippen und dann einmal Passwort Installer für die, die es interessiert, Network Standby können wir kurz hier aktivieren. Dann ist auch möglich, das Gerät relativ easy über Control 4 und Co zu steuern. Ja, hier wird es jetzt schon interessant, denn wie gesagt, ich werde jetzt nicht das komplette Menü hier nochmal vorstellen. Da habe ich ja schon mal auf die Core 16 verwiesen, wo wir das alles schon mal zu Genüge durch sind. Hier geht es jetzt um Funktionen, die über die neue Firmware, die sehen wir hier, zum jetzigen Stand, die 4.3 R1, 14. August 2022 geboten sind. Wenn Sie das Video in ein, zwei Jahren anschauen, dann sind das jetzt hier womöglich alle olle Kamellen für Sie, aber ich will es halt eben jetzt mal kommunizieren, was neu ist. Und das Schöne ist, hier schlagen wir gleichzeitig zwei Fliegen mit einer Klappe, denn viele Dinge sind erst mit den letzten Firmwaren hinzugekommen und sind gleichzeitig exklusiv für die MK3. Sieht man daran, zunächst mal hier, wir haben hier unsere MK3 mit den 32XLR-Ausgangskanälen. Und hier unten bei Lizenzen, da schimmert alles grün. Bei einer Core 16 wäre das nicht so. Denn genau diese Punkte, HDMI-Matrix, DOM, XT, Bassrouting und Sphere-Audio, die gehören zu einem Lizenzpaket, welches man für die kleinere Storm-Audio extra kaufen muss, liegt so bei knapp unter 1000 Euro und das ist bei MK3 dabei. Und das Schöne ist, für MK1 und MK2 ist das ebenfalls alles dabei. Das kostet nichts extra, selbst wenn Sie sich vor zig Jahren eine MK1 gekauft haben. Das ist das, was ich meine mit Storm-Audio, lebt das auch, dass Kunden, die ein älteres Gerät haben, immer noch bedacht werden und all die Funktionen komplett kostenlos mitbekommen. Nur bei der Core 16, wo man sich gesagt hat, wir wollen ein günstigeres Produkt rausbringen, hat man diese kostenintensiven Softwareentwicklungen nicht mit reingepackt. Und die gucken wir uns jetzt an. Wir machen es nämlich jetzt mal so, dass wir miteinander ein Kino bauen. Ein digitales. Wir gehen hier in den Bereich Main Speaker rein, löschen mal das Standard-Kino, was da drin ist und kreieren ein Kino. Und wir machen hier ein Kino mit neun Kanälen. Wir sehen hier, welche Varianten es gibt. Wir können auch hier ein 11.1 Kino machen, wo wir verschiedene Rear-Surround-Kanäle haben oder noch mehr. Aber ich will es jetzt nicht übertreiben. Wir machen jetzt mal hier 7.1 mit Front, da machen wir 9.1 mit Frontwide. So ist doch schön, oder? Tolles Kino. Und ich möchte Ihnen da nämlich nachher was zeigen. Sagen wir mal Kreisabfufer. Oder lieber 4. 4. Hier unten zählt immer die Storm fleißig mit, wie viele Kanäle sind benutzt. Dann kommt die Höhen-Layer-Konfiguration, also quasi für Euro. Nehmen wir auch mal alle mit. Und dann bei Dolby Atmos 6. Jetzt haben wir doch ein wunderbares Kino hier. Und das Tolle ist, wir haben ein 9.446 Kino und haben immer noch 9 Kanäle übrig, mit denen wir nachher noch rumspielen werden. Wir können uns jetzt auch die komplette Konfiguration hier nochmal anschauen. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt hier mit der Maus draufgehe, dann sehe ich auch immer gleich, welcher Kanal wie heißt. Das ist ganz praktisch. Im Übrigen, wenn diese Art der Präsentation für Sie hilfreich ist, wenn Sie bei uns eine Storm Audio kaufen, gilt aber auch genauso für eine Trin-Off, dann bekommen Sie von uns ein exklusives Tipps- und Tricks-Video, wo ich Sie durch die komplette, durch jeden einzelnen Menüpunkt mitnehme und das nochmal extra erkläre. Also praktisch eine zusätzliche Video-Bedienungsanleitung von uns für Sie. Genau, hier haben wir das. Übrigens, kleiner Witz am Rande, Storm Audio hat sich extra Wert draufgelegt mit der neuesten Firmware, die grafische Darstellung von Front-Right und Front-Left hinter die Leinwand zu legen in diesem Setup, obwohl es vom Winkel her eigentlich leicht außerhalb der Leinwand besser war, so wie es vorher angezeigt wurde. Ist jetzt natürlich völlig Mulle-Pitz, aber na gut. Und ich sehe hier noch einen Fehlergrad. Komischerweise ist nur ein Subfu versichtbar. Aber gut, wenn er draufklickt, sehen wir hier vier Stück. Fairerweise weiß die Storm ja nicht, wo die hinkommen. Muss ich mal mit dem Sebastian sprechen, ob er die virtuell noch irgendwo hinpacken kann, aber ist jetzt völlig sekundär. Wir drücken auf Save und haben dann hier die bekannte Konfiguration. Und ja, wir haben jetzt hier 23 verschiedene Kanäle. Das ist natürlich eine Menge, was einen jetzt hier erstmal erschlägt, aber es ist gewohnt übersichtlich strukturiert. Und im Übrigen, ich erkläre es nochmal ganz kurz, das, was wir jetzt ausgewählt haben, ist in diesem Konfigurator, ich gehe da nochmal rein, das ist ja die Anzahl der errechneten Kanäle, der herausdekodierten Kanäle aus dem Stream. Und da kann eine MK3, wie auch schon die MK2, bis zu 24 Kanäle herausdekodieren, also Kanäle erschaffen und heraus berechnen. Und wenn wir so wie hier eine MK3 haben, die aber 32 Kanäle hat, dann fragen sie sich jetzt wahrscheinlich, was macht man denn mit den restlichen acht Kanälen? Und die werden dafür genutzt, dass man zum Beispiel Zusatzzonen hat oder Zusatz-Subwoofer, wir haben ja immerhin jetzt statt einem vier Subwoofer, die packen wir dann eben auch noch dazu. Oder wenn sie, wie wir zum Beispiel, gerne solche Lautsprecher verwenden, wie unsere Universe 9 Drei-Wege-System, die wir aktiv betreiben, mit einer aktiven Frequenzweiche, dann dekodiert die Storm zwar den Front-Right-Kanal als ein Kanal, logisch, aber dieser eine Kanal wird verdreifacht, intern, damit wir dann da die digitale Frequenzweiche reinprogrammieren. Hat viele Vorteile, ich brauche dann halt eben auch drei Endstufen und da sind eben die Zusatzkanäle für gedacht, für digitale Frequenzweichen, für interne Multiplizierung, für Zusatzkanäle, die man sich dann mit Subwoofer etc. dann nochmal vervielfacht. Ich hoffe, mir ist das gelungen, halbwegs zu erklären. Wir nutzen aber nachher nochmal die anderen Kanäle. Ich mache dann hier so eine Meldung weg. Man kann halt eben viel machen. Bringt eine gewisse Komplexität mit sich. So, wir gehen aus dem Konfigurator raus und huschen in die nächste Konfiguration rein, denn Bassmanagement-Expert bis hierhin ist das auch noch bei einer Core 16 drin. Dass sich hier Flankensteilheiten definieren, dass wir hier unterschiedlich Konfigurationsmöglichkeiten haben, wie das Subwoofer an die Satelliten übergibt mit getrennten Frequenzen nach unten, nach oben pro Satellit, ist eine coole Sache, aber es geht nochmal eine Stufe intensiver, nämlich hier hinten, da sehen Sie es, Bass-Zone-Setup. Da klicke ich mal drauf. So, jetzt aktiviere ich mal hier drei Bass-Zonen. Die eine nenne ich mal links, die andere rechts und die andere hinten. Bei den Bass-Zonen, wie der Name schon ein bisschen suggeriert, geht es darum, um das LFE-Handling, dass wenn Sie jetzt in Ihrem Heimkino verschiedene Subwoofer haben, wie die Möglichkeit zu sagen, welche Lautsprecher Ihren Bassanteil auf welche Subwoofer übertragen. Wenn Sie zum Beispiel ein großes Kino einsetzen und Sie haben an der rechten Seite Subwoofer, dann macht es ja Sinn, dass der Bassanteil der rechten Satelliten auch nur auf dem rechten Subwoofer rauskommt. Je nach Subwoofer-Konzept. Wenn Sie jetzt ein DWA haben, brauchen Sie das nicht, aber in einem Raum mit einer anderen Akustiklösung, gerade in sehr großen Kinos ist das ein veritabler Ansatz. Kommt auch aus dem Studio-Bereich, wo man teilweise auch so arbeitet. Und die Konfiguration läuft dann ab wie hier. Ich definiere meine Bass-Zonen und gebe dann jeder Bass-Zone die Info, welcher Lautsprecher hier mitspielt. Jetzt ist halt schlauerweise bei der ersten Bass-Zone standardmäßig jeder Lautsprecher drin. Ich mache mal ganz kurz einen Cut. Dann brauchen Sie mir nicht zuschauen, wie ich jetzt hier erstmal jeden Lautsprecher wegschalte. Alles offen angesetzt. Jetzt bei Left Front sagen wir, jawohl, der soll mitspielen und zwar ohne irgendeine Dezibel-Dämpfung mit der vollen Lautstärke, die eben vom Bass-Signal einer potenziellen Trennung oder einer Überlappung hier mitspielt. Bei rechts mache ich es jetzt als Sender ist der falsche Lautsprecher. Das wäre dann hier drüben. Zack. Und dann bei Hinten, das ist jetzt ja nur zum Demonstrieren, mache ich jetzt hier mal die zwei Surround-Lautsprecher. Leicht verklickt. So, wir speichern uns das ab. So, jetzt haben wir einfach mal definiert, welche Bass-Zonen haben wir und welche Satelliten sollen diesen Bass-Zonen zugeordnet sein. Was jetzt kommt, ist dann die Zuordnung, welcher Subwoofer gehört denn jetzt zu welcher Bass-Zone. Und das geht auch denkbar einfach über ein Dropdown-Menü. Wir sind jetzt hier wieder in der Speaker-Configuration und dann sage ich einfach hier hinten bei Subrouting, dass der erste Subwoofer kann ich auch auf NAN stellen. Dann wird der nicht in diese Zonen integriert und dient halt nur für den LFE-Kanal. Der ist dann links, der ist rechts und die anderen beiden nehme ich jetzt mal für hinten. Zusätzlich kann ich dann hier noch das Mischverhältnis mit dem LFE-Kanal, das Thema hatten wir gerade schon definieren, definiert, ob wir jetzt zum Beispiel einen Deckensabfufer haben, der ganz gezielt nur Deckenkanäle mit unterstützt, aber nicht beim LFE mitlaufen soll. Und dann kann ich sowohl das Bass-Delay in Relation zur Bass-Zone, also praktisch den Satelliten-Part delayen, aber auch hier auf der anderen Konfigurationsseite irgendwas in Millisekunden, dann auch noch mal, also hier das generelle Delay für diesen Kanal, unabhängig von der Zone und ähnlich ist es auch übrigens mit dem Level. Kann man hier wie bei Storm üblich in Zehntel-Dezipl-Schritten einstellen und weil ich das Thema Level gerade eben vergessen habe, kann ich das auch hier noch mal definieren beim Thema Sub-Routing. Dann zusätzlich noch die Subsonic-Filter mit verschiedenen Filtergüten, auch hier natürlich mit entsprechenden Frequenzen konfigurierbar und das Gleiche kann ich dann hier auch noch mal pro Kanal einstellen. Mir ist kein Gerät bekannt, welches das so tief erlaubt wie die Storm, wenngleich das natürlich jetzt eine höchst spezifische Fachkenntnis erlaubt. Es ist halt einfach ein Installergerät für professionelle Studios, aber wer sein Heimkino damit aufwerten will, um die perfekte Basslösung zu konfigurieren, der wird sich drüber freuen. Dasselbe geht auch für ein häufig unbeachtetes, aber potenziell sehr wertvolles Feature, nämlich hier oben den Limiter. Ist jetzt nichts, was jetzt firmenwärspezifisch neu ist oder bei der Core 16 nicht dabei ist, einfach nur mal generell gezeigt. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier beim Center Speaker wollen, dass der etwas geschützt wird, dann können wir hier einen Limiter definieren und geben dann hier einen Schutzpegel ein. Das macht dann zum Beispiel Sinn, bei digitalen Frequenz weichen, um gezielt den Hochtöner etwas zu schützen vor einer Überlastung. Oder wenn Sie einen Subwoofer dabei haben, der nicht ganz so viel kann wie die anderen, dass Sie da auch sagen, hoppla, wenn du bei dem Pegel angekommen bist, dann haut er mal eine Soft-Clipping- Grenze rein und dann wird er da auch gebremst. Das ist der Gedanke hinter den Limitern. Werden übrigens alle dann hier Daten, die wir hier eingeben, in die Profile von diesem Kino gespeichert. Dem wir übrigens jetzt mal einen Namen geben. Das ist übrigens ein Kritikpunkt. Ich finde diese Zeichenlänge viel zu kurz. Das ist noch eine Hommage an die Uhr-MK1, die einfach wegen dem kleinen Display nicht mehr konnte. Dann machen wir es mal auf Englisch. Ja, egal. Also mir wurde von Storm schon gesagt, dass man daran arbeitet, das auch zu verlängern, weil man dann auf dem neuen Display die Möglichkeit hat, mehr anzugeben. Ist jetzt aber völlig egal. So, das ist das eine Thema. Bass-Zonen in diesem Paket. Das nächste Thema ist sehr spannend. Storm XT kann man hier hinten bei Remote Control einschalten, was ich jetzt getan habe. Dass das klanglich exakt macht, wie sie das auswirkt. gucken wir uns gleich in der nächsten Rubrik an. Aber technisch gesprochen zeige ich Ihnen das mal anhand des Kino-Visualizers, wenn wir jetzt hier nochmal reingehen. So, wir gucken uns jetzt mal 2D-Ansicht an. Wir haben jetzt hier unser großes Kino 9.446 und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Dolby Atmos-Film anschauen, gibt es bestimmte Kanäle, auch in dieser Konfiguration, die nicht von Dolby Atmos adressierbar sind. und kurz und knackig, Storm Audio XT füllt diese auf. Allerdings nicht so, dass es jetzt brutal neu interpretiert, indem es jetzt einfach Effekte herausrechnet und dann wild auf Kanäle verteilt, sondern es geht her und rechnet den Ambient Noise heraus. Zum Beispiel, Sie schauen sich eine Szene an, Life of Pi, wo irgendwie ein Gespräch auf einem Schiff stattfindet in der Nacht und es regnet und der Surround-Prozessor merkt, okay, es regnet auf allen Kanälen, dann schickt er eine Kopie des Summensignals von bestimmten Kanälen dann schon ausnivelliert auf nicht adressierbare Zusatzkanäle, die generell von dem Decoder nicht benutzt werden können. Funktioniert aber auch mit anderen Kodex. Also als Beispiel, wenn Sie DTS-X nutzen, dann füllt er Ihnen die Front-Wide-Lautsprecher mit dem Ambient Noise auf. Dasselbe gilt auch für Auro. Sodass Sie dann hiermit eine geschlossenere Umgebung haben. Das ist ein interessantes Feature, proprietär von Storm Audio entwickelt als Alternative zu dem Thema Cross-Up-Mixing, was man bei Storm sehr kritisch sieht und auch hier nur mit dem klassischen Workaround auf PCM-Basis eben dann erlaubt, weil es nicht einer wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe entspricht, zu sagen, man rechnet ein Dolby Atmos-Signal auf 5 oder 7.1 runter und bläst es dann wieder mit algorithmisch basierten Upscaling-Methoden auf Auromatik auf. Ist natürlich Geschmackssache, aber das ist deren Ansatz, um hier eine etwas gezieltere 3D-Surround-Kulisse zu erschaffen. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Feature in der Praxis für Kunden, die vor der Entscheidung stehen, zwischen Core 16 und MK3, diesen Storm XT, der da halt hier schon dabei ist. Gut, nächstes Thema. Zusatzzone mit HDMI. Da bin ich jetzt gerade falsch abgebogen, denn ich möchte unter Settings rein. Generell geht es hier darum, dass wir die zwei HDMI-Ausgänge, die eine MK3 hat oder auch eine 2er, die jede MK3 hat, machen wir es kurz, die kann man halt mit dem HDMI-Matrixing jetzt gezielt für eine zweite Zone nutzen, um dort parallel zum Heimkino und der ersten Zone eben eine andere Bildquelle zu nutzen und eine Stereo-Audio-Quelle zu haben. Die berechnet er dann gleichzeitig. Das ist jetzt aus der Denon und Marans Yamaha-Welt etc. nichts bahnbrechend Neues. Da gibt es ja teilweise sogar drei Zonen, aber in der professionellen Welt mit der Konfigurierbarkeit durchaus eine Erwähnung wert. Deswegen zeige ich es hier ganz kurz. Wir haben hier einmal HDMI-Ausgang 1. Da kann man übrigens auch ARC etc. alles konfigurieren. Ich schalte mal das ab. Das On-Screen-Menü schalte mal auf Widescreen. Ich trinke noch nebenher mal ein kleines Schlückchen. Output-Audio ist für die zweite Zone interessant, denn wir können dann per HDMI zum Beispiel in einen Fernseher gehen, der dann einfach das Signal über das HDMI-Kabel bekommt für einen Kontrollmonitor. Wobei, dann geht man hier auf Mirror, dann braucht man keine Zone 2. Für ein Schlafzimmer zum Beispiel, wo man keine extra Boxen haben will. So, ARC benutzen wir mal. So, Zone Selection ist jetzt hier noch gestrichelt. Wir müssen erst noch eine Zone erstellen. Irgendwie sind wir heute viel bei Zonen unterwegs. Aber gut, nachdem wir schon vorhin Bass-Zonen hatten, machen wir jetzt eben Video-Zonen. Und ich habe hier gekleckert, wie ist hier. Na, egal. Wir gehen noch mal hier in unsere Speaker-Configuration rein. Und könnten jetzt hier, wenn ich jetzt auf Create drücke, nochmal ein Kino erstellen. Mache ich jetzt mal zum Spaß, um Ihnen etwas zu zeigen. Ein simples 5.1 Kino kann ich jetzt komplett durch konfigurieren, wieder getrennt erstellen, Bass-Zonen, alles Mögliche machen. Vollwertig wie das erste Kino. So, jetzt sehen Sie hier, das läuft hier unten in gelb. Und ich kann dem Kino jetzt dann auch hier seine eigenen XLR-Ports für die Ausgabe Ports zuweisen. Das ist ein tolles Feature, aber wichtig ist zu wissen, wenn ich hier zwei Kinos auf diese Weise erstelle, ist das immer eine Entweder-Ode-Funktion. Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt drei Kino-Setups, die auf die gleichen Ausgänge gehen und switche dann um, dass ich in meinem Heimkino sagen kann, ich habe einmal 5.1 Setup, einmal 7.1 Setup, etc. Das hier ist dafür gedacht, dass Sie sagen können, Sie schließen gleichzeitig zwei Heimkinos an die Storm an und können sich dann entscheiden, soll jetzt Kino 1 oder Kino 2 laufen. Das haben wir zum Beispiel bei uns in der Demo im Wohnraum-Setup, wo man auf der einen Seite die Modern Lounge hat mit dem Climax-Lautsprecher und auf der anderen Seite hier da mit der Soundmask. Da kann ich dann mit einer Storm beide Kinos laufen lassen, aber halt eben nicht gleichzeitig. So kann man da mehr konfigurieren. Ist zum Beispiel für Sie interessant, wenn Sie damit, wenn Sie alleine wohnen und schließen an den Ausgängen 1 bis 16 Ihr Wohnzimmer an, an den anderen Ausgängen Ihr Kellerheim-Kino, dann können Sie da einfach sagen, entweder oder und dann dafür zum Beispiel auch sagen, HDMI 1 lege ich ins Wohnzimmer, HDMI 2 in den Keller, brauchen Sie nur einmal die Quellen, einmal die Storm kaufen, ist auch eine coole Funktion. Das, was wir jetzt machen mit der Zusatzzone, die gleichzeitig läuft, hat eben einen anderen Ansatz. Deswegen wähle ich dann hier die Stereo Audio Video Zone aus. Die geht auch nur zweikanalig. Ja, ich kann jetzt auch hier Equalizer setzen. Das geht auch hier noch, aber mehr auch nicht. Ich kann jetzt zum Beispiel kein Subwoofer hinzufügen. Das ist wirklich nur eine Zusatzzone. Safe. Diese Zone wird jetzt über zwei verschiedenen, eigentlich über drei verschiedene Schnittstellen ausgegeben. Einmal über HDMI, das haben wir ja vorhin so eingegeben. Dann ist Ihnen vorhin aufgefallen, ich bin nicht groß auf die Unterschiede der Backplates eingegangen von den Geräten. Die MK3 sah hier ja doch schon leicht anders aus als die 2er, nämlich speziell in dem Bereich der Outputs. Wir haben bei der MK2 XLR Outputs, die immer ein Down-Mix-Signal der momentan aktiven Hauptzone ausgegeben haben, wie so eine Art permanenter Monitor-Ausgang für Zone 1. Das wurde bei der MK3 so verändert, dass es einen Digital-Ausgang gibt, der spezifisch das ausgibt, was bei Zone 2 rauskommt. Der ist immer für die Zone 2 nutzbar. Storm Audio hat gemeint, da wäre von den Usern der Wunsch gewesen, auf die Weise auch externe Wandler gut nutzen zu können. Und zusätzlich brauchen wir auch für Zone 1, sorry, für Zone 2, war gerade irritiert, weil das Zone-AV1 steht, nochmal XLR-Ausgänge. Also hier steht 25, 26. Ich kann jetzt im Output-Mapping auch sagen, wenn ich die jetzt auf 1, 2 haben möchte, hier 1 und da 2, dann werden die entsprechend umgemappt. Dann habe ich die jetzt hier, also praktisch, die Zusatzzone geht trotzdem per XLR raus, nimmt aber jetzt, das ist dann halt der Nachteil, zwei XLR-Ausgänge von den generellen 32 oder 16, 24 Kanälen weg. Wenn Sie eine Storm haben mit digitalen Ausgängen, AIS, EBU, können Sie da natürlich nochmal ein bisschen anders agieren. So, jetzt sind wir nur noch einen Schritt davon entfernt, dass wir die Zone 2 nutzen können und zwar muss ich jetzt hier im Quellenbereich dann noch sagen, wie die HDMI-Eingänge gemappt werden sollen. Ich kann da auch Namen vergeben, etc. und jetzt finally, wenn ich auf Remote-Control drücke, jetzt kann ich dann hier sagen, ich hätte gern in Zone 2, HDMI 2 und das Hauptkino läuft mit HDMI 1. Ist eine tolle Funktion, wenn man die Storm dementsprechend jetzt nicht nur fürs reine große Heimkino braucht, gleichzeitig sage ich auch, wir haben es noch nie benutzt bei unseren Kinos, außer eben in der Demo, aber sonst haben die Kunden immer ihr geheiligtes großes Heimkino, aber wenn man das mal weiterdenkt, ist es durchaus mit diesen neuen Funktionen interessant, sich da mal Gedanken zu machen, den guten Klang der Storm eben damit in Nebenzimmer zu bringen. So, und um das Ganze mit den Multizonen nochmal abzurunden, zeige ich Ihnen jetzt noch eine Variante, die die Storm Audio bietet. Das hatten wir aber schon beim Core 16 Video, deswegen halte ich es ja wirklich super, super, super kurz. Wir können jetzt innerhalb eines Kinos ein Unterkino bauen, das ist dann ein sogenanntes Sub-Theater, wir drücken dann hier auf Create Child, das heißt, ich kann dann hier sagen, das Sub-Theater von unserem Hauptkino soll so gemacht sein, dass wir hier innerhalb des Heimkinos, das wir nutzen, ein anderes Routing haben wollen. Sprich, Sie kommen in Ihr Heimkino rein, Sie haben dieses wunderbare, was hat man gehabt, 7, 4, 4, 6 oder 9, 4, 4, 6 Kilo, Sie kommen da rein und wollen am Anfang eine Trailershow machen oder ein bisschen Hintergrundmusik, während Sie reinkommen und Ihr Popcorn und so alles zurechtsortieren und Sie wollen, dass die Hintergrundmusik nur über die Deckenlautsprecher ganz dezent im Raum ist, so eine Ambient-Beschallung. Dann gehen wir hier und nehmen uns die ganzen Deckenlautsprecher und sagen hier, wir wollen jetzt hier einfach das Stereo-Signal, welches uns dann ausgerechnet wird. Dementsprechend hier auf die Deckenlautsprecher umruten. Ich mache es jetzt mal in aller Schnelle. Und dann hier nochmal Left und hier Right. Dann haben wir hier unser Subtheater und dann kann ich auch in dem Subtheater mir hier Equalizer setzen, Pegel setzen, Limiter setzen und über die Profilfunktion dann hier zum Beispiel Filmstart eintippen. Und auf die Weise ist es dann auch möglich zu sagen, okay, mit einer Kontrollvorsteuerung, wo liegt meine, ist jetzt wurscht, meine Fernbedienung, dass man dann einen Knopf drückt und dann hat man das Subtheater am Start, wo dann auf einmal nur ganz dezent die Filmmusik, die dann gerade vom Blu-Ray-Menü läuft, über die Deckenlautsprecher erscheint. Wenn Sie da eine andere Taste drücken, dann haben Sie aber Bam, Full Power auf den normalen Lautsprecher und gleichzeitig kann die Zone 2 eben dann unabhängig davon etwas völlig anderes machen. Das sind die Möglichkeiten, die man mit den Storm Audio Updates hat. Zusätzlich ist jetzt auch iMacs mit integriert, was dann ins Bassmanagement mit reingreift mit der neuesten Firmware. Also haben wir auch das Thema mit drin zu den bekannten anderen Features wie D-Rack, digitale Frequenzweichen, Equalizer, aber das alles kennen Sie schon. Dafür weise ich jetzt zum dritten und letzten Mal auf das Video von der Core 16. Messungen sind immer schön und gut. Wir müssen jetzt nur bei einer Sache aufpassen. Deswegen sage ich es gleich vorab. Wer misst, misst, misst. Das heißt nicht, dass jetzt das, was wir hier zusammen jetzt erörtern, falsch ist, sondern es heißt nur, sowohl im positiven als auch negativen und das betrifft nicht nur mich, sondern auch Testmagazin im klassischen Sinne. Man kann bei so einem Gerät hunderte Sachen messen und man pickt sich dann immer die raus, die man entweder messen kann oder die, die man für sinnvoll hält, aber das ist nicht automatisch auch stellvertretend für die komplette akustische oder auch visuelle Qualität von dem Gerät. Bisschen anders sieht es bei BIMON aus, klar, Kontrastmessung etc., das ist da ein Tickchen leichter, aber gerade bei akustischen Geräten, da geht es um so viele verschiedene Dinge. Trotz allem möchte ich jetzt einfach mal ein, zwei Punkte mit Ihnen zusammen hier erörtern, am Beispiel hier von dieser 32 MK3, die vor mir steht. Und zwar zunächst mal Thema Processing. Wie sauber kann so eine Vorstufe ein Signal durchschleifen? So, und ich habe hier ein Messgerät, welches ein Rechtecksignal ausgibt. Ich gebe das mal hier ein, also dieses Kabel hier geht hier raus bei Output und ich stecke das jetzt hier in den Input rein und wir sehen jetzt hier, das ist das Rechtecksignal, welches ich reingebe. Und die Aufgabe ist jetzt an die Vorstufe das möglichst genauso unverändert wieder auszugeben. So, ich gehe jetzt hier in den analogen Eingang rein, das heißt, wir haben sowieso eine Zwangsdigitalisierung und Sie sehen schon jetzt eingesteckt, wir haben exakt das Signal, was wir hier reingeben. Jetzt muss ich an der Stelle sagen, das ist jetzt zwar schön und nicht absolut selbstverständlich, aber es gibt auch viele andere Vorstufen. Wenn ich jetzt so wie hier, ich nehme Sie mal kurz hier bei mir mit auf den Rechner. So, jetzt sind wir hier drauf. Wir haben hier ein ganz normales 5.1 System und wir sind auf dem Left Front, der steht auf Large. Bis jetzt passiert also noch nichts Großartiges. Das Signal geht rechteckig rein, wird bloß von analog auf digital umgesetzt und kommt wieder, wie Sie sehen, exakt auch so wieder raus. Der spannende Punkt kommt jetzt, wenn wir Processing dazugeben. Bleibt das so oder ändert sich irgendwas? Und da verweise ich auf frühere Tests von mir mit Consumer Hardware, wo man dann schon sieht, was da alles so passiert. Und wenn ich jetzt hier bei der Storm, Sie sehen jetzt dabei, wenn ich hier auf Small draufgehe, bleibt das so. Und das übrigens, obwohl ich jetzt hier hinten in den Expert Bass Einstellungen drin bin und jetzt hier beispielsweise die Flankensteilheiten zum An- und Abkoppeln zwischen Satellit und Subwoofer hier einstelle, das macht da nichts aus. Und auch wenn ich jetzt hier in den Equalizer reingehe, hier habe ich mal zwei vorbereitet. Jetzt haben wir hier zwei EQs aktiviert, bleibt auch. Und jetzt gehen wir sogar noch mal einen Schritt weiter her. Wir löschen mal das komplette Kino. Das war jetzt ein 5.1 Kino. Jetzt kann man sagen, okay, das Ding muss nicht viel rechnen. Wir haben jetzt hier eine 32er Storm und wir machen uns jetzt den Spaß und lassen es mal richtig krachen. Was ist denn das Maximale, was man jetzt hier erlaubt? Kommen, nehmen wir hier ein 13.1 Kino. Ich glaube, das hat man vorhin schon. Dann machen wir hier noch vier Height, also Atmos Layer beziehungsweise da können wir noch hier den Center Channel dazu holen. Top Layer. So. Jetzt haben wir hier 25 Kanäle. Jetzt sind wir wieder da. So, jetzt steht ja der Left auf Large. Ne, er steht sogar schon auf Small. So, dann können wir hier jetzt sagen, okay, Bass Management Expert. Topen wir uns hier wieder ein bisschen aus. Das Beispiel. Klar, wir geben jetzt ein analoges Signal rein und es ist jetzt schwierig, dass ich das jetzt auf Dolby-Ebene mache, weil das Messgerät nun mal analoge Signale ausgibt. Wenn ich jetzt hierher gehe, wir können es ja mal testen, was passiert, wenn ich das Ganze jetzt mit Auromatik hochrechne, aber dann, naja, war ich mir jetzt nicht sicher, was dann da intern mit dem Signal passiert, ob er es so auf dem Front-Left lässt, aber Sie sehen, obwohl er jetzt hier gerade ein Auromatik-Kino befeuert, wir können uns das im Monitoring-Signal auch ansehen, aber gut, da kommt ein Signal rein, da wird er wahrscheinlich jetzt nicht jeden Lautsprecher mit befeuern. Das ist interessant. Also wir sehen das hier dann doch aus dem einen Signal, was ich jetzt hier reingebe, recht viel macht mit Auro, aber ich will jetzt ja gar keine Decoder-Analyse betreiben, sondern das wollte ich Ihnen mal zeigen. Und darüber hinaus habe ich dann noch eine andere Messung gemacht, die zeige ich Ihnen auch mal, und zwar ist es das Thema Hochfrequenz-Emission vom Netzteil. Ich zeige Ihnen hier mal ein Gerät, das ist jetzt ein Blue-Rap-Player, wie sehr manche Netzteile nach außen streuen. Das sind praktisch hochfrequente Schwingungen, die sich auf die Sinuswelle des Stromsignals draufsetzen und die dann hier gerade von solchen Endstufen nachher genommen und mehrfach verstärkt werden. Natürlich haben die da auch teilweise Puffer, beziehungsweise Filter drin. Trotz allem ist das etwas, was wir nicht in der Anlage haben wollen. Sowas erzeugt je nach Qualität der Anlage einen klirrigen, aggressiven Klangcharakter. Und das Beste ist immer, man hat ein Gerät, welches sauber arbeitet, logischerweise, weil alles, was wir sehen und hören, letztendlich nichts anderes ist, wie modulierter Strom. Also es ist unser Interesse, dass Strom von außen sauber reinkommt, die Geräte das gut puffern, von den Baugruppen gut entkoppeln. Und last but not least, hier haben wir mal die Messung von einer MK3, die wirklich mit diesem Netzteil sauber ist. Das ist auch schon mal ein Indikator dafür, dass hier ordentlich gearbeitet wird. und zusammen mit der Information, wie hier die Signale übertragen werden, wollte ich Ihnen das mal so übertragen, mitkommunizieren. Gleichwohl, es gibt auch Kritikpunkte an dem, was ich mit meinen bescheidenen Mitteln hier messen kann. Ich habe es auch schon an Storm herangetragen, trotz aller Processing Power und allem möglichen, je nachdem, wie ich die Storm konfiguriere. Gerade wenn ich D-Rack benutze mit viel EQs, komme ich irgendwann vom Gesamtdelay von der Vorstufe auf weit über 100 Millisekunden, teilweise auf 130, 140 Mittelsekunden Signallaufzeit. Das kann gut sein für Leute, die wir hier so einen JVC-Projektor einsetzen, wenn dann besonders ohne 8K-Shifting so ein Projektor mal selber schon 200 Millisekunden Delay hat, dann ist es letztendlich nicht so schlimm. Sie können hier auch, das können wir übrigens mal testen, fällt mir ein, wir machen jetzt mal ein zusätzliches Signaldelay, was man hier trotzdem manchmal braucht. Nur was machen sie, wenn der Beamer schneller ist wie die Vorstufe? Das ist aber jetzt nicht nur ein Thema hier von der Storm, sondern auch von anderen Geräten, hängt immer von der Kombination ab. Und ich sage immer, das ist ein riesengroßes Thema in unserer Branche, welches kaum jemand wirklich auf dem Zettel hat. Wie schafft man es, richtig ein Delay Management zu machen mit verschiedenen Quellgeräten, mit verschiedenen Auflösungen, mit verschiedenen Processing-Geschwindigkeiten hier und dort? Und kurze Antwort vorweg, das was man hier mit Auto-Lipsync hat. Die Funktion gibt es hier übrigens zum Glück nicht, dann kann die schon mal keiner benutzen, denn ich finde die Funktion sehr gefährlich. Reicht nicht. Das geht sogar häufig komplett in die falsche Richtung. Wir als Ihr Installer, wenn Sie bei uns ein Gerät gekauft haben, informieren Sie gern, wie man aus der aktuellen Situation das Beste macht und auch wie Sie Ihr Gerät einschätzen, einordnen können, wie schnell Ihr Prozessor ist, egal ob es jetzt eine Storm ist oder hier eine Marans. Da gibt es keine riesengroße Unterschiede zwischen den Geräten, aber ich wünschte mir einfach, dass man bei so einem Gerät sagt, Mensch, wir sind immer mit 10 bis 20 Millisekunden dabei, dass gerade Leute, die auch zocken, dann hier nochmal eine Vorstufe haben, die dann genauso schnell ist wie ein Beamer im Gaming-Modus, weil einfach formuliert, das ist halt das Hauptthema, was ich dann hier sehe. So, wir wollten aber mal checken, was passiert, wenn wir jetzt hier den Delay, was ist ein schönes Delay? 150 Millisekunden, passiert auch nichts. 400 Millisekunden, passt, ja. Also hier hat man, das ist das, was ich meine mit Klang, doch Autolipsync, das ist ja irgendwann dazugekommen, das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde die Funktion furchtbar, machen wir die mal, aber jetzt hängt ja eh kein Gerät dran. Okay, also lieber Storm-User, keine Autolipsync-Funktion nutzen, die wahrscheinlich mit der letzten oder vorletzten Firmware mit reingeflutscht ist, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber gut, so viel mal zu dem Thema, zu den Messungen. und dann, Kennen Sie den Effekt, dass Musik, die sonst normalerweise nicht unbedingt ganz oben auf der musikalischen Nahrungsliste steht, dass man die mit einem guten Heimkino, angeführt von einer tollen Vorstufe, nicht nur gerne hört, sondern einfach richtig genießt und drin versinkt. So geht es mir jetzt hier mit diesem Track von der wunderbaren David Foster Hitman 1-Scheibe und das ist so ein Effekt, den ich relativ früh schon mit allen Storm-Audio-Vorstufen erfahren habe. Dieses Ensemble aus, es klingt wahnsinnig detailreich und aufgelöst, hochdynamisch, tonal absolut natürlich und dabei unaufdringlich, ohne so eine schrille Schärfe. Das merkt man besonders jetzt hier in so einer Sequenz. Ich meine damit das Klatschen. Ich hatte es auch schon ein paar Videos vorher erwähnt bei Lautsprechern. Daran merkt man immer, ist das Heimkino in der Summe ausgewogen? Klar, wenn der Aufnahme absolut nichts taugt, dann ändert auch gute Elektronik daran nichts oder Lautsprecher. Aber vom Grundansatz, wenn es so spielt, dass sie nicht den Eindruck haben, sie müssen runterdrehen, damit es angenehm wird, dann schon mal gut. Und das ist etwas, was die Storm-Audio eben nicht forciert. Denn grundsätzlich bei High-End-Vorstufen und ich kenne zwar nicht alle, aber viele in der Preisklasse bis 20.000 Euro, gibt es im Wesentlichen neben der Storm-Audio-Klanggüte, die mir wahnsinnig gefällt, eine Sorte von Gerät, die in das schrille, aggressive, vordergründige kippt, ein bisschen effektig, so kann man es positiv interpretieren. Die andere Variante geht ins langweilige, weiche, verwaschene. Und das ist das, was mir in das Storm-Audio klanglich jedes Mal aufs Neue, auch wenn ich die vergleiche mit anderen Geräten oder wenn ich die in eins von unseren Profikinos reinstecke, so beeindruckt, dass die Storm-Audio frisch aufgeweckt, hochdynamisch spielt, jetzt hier bei diesem Track, der Bass-Einsatz, feine Streicher. Das klingt gleichzeitig hochpräzise, sehr differenziert, die Streicher klingen wahnsinnig gut aufgelöst, aber ohne so eine Vordergründigkeit. Viele Geräte kippen in dem Sinne, dass sie gerne entweder Richtung Hochtonausarbeitung gehen oder Richtung Grundton dann abdriften. Also eher ein bisschen massiv und Träger untenrum und das macht die Storm nicht. Die spielt einfach so fantastisch direkt, dass sie keinen Eigenklang wo drauf legt. Und deswegen spielt sowas so fantastisch, dass man einfach die Gänsehaut bekommt, selbst wenn man sagt, Mensch, ist nicht primär meine Musik. Was dann eher mein Ding ist, nur ganz kurz noch als Tipp für Leute der etwas deftigeren musikalischen Gangart, hier The Big Four, da gibt es beim Metallica-Konzert den Track Emma Evil, wo die zu viert spielen, also alle vier Bands, weil sie das mit Nordstrom genießen und dann auf einmal die Rhythmusgitarren von vier Bands gleichzeitig reinklatschen. Es ist nichts anderes als episch, was da rauskommt. Sensationell. Da hört man jeden einzelnen Sänger oder besser gesagt Gitarre, die singen ja nacheinander, hört man so super raus. Es hat eine Klangwucht, obwohl es filigran spielt und nicht die einzelnen Gitarren. Es ist so granatenmäßig. Nun kann ich deswegen einen Upload-Filter von YouTube hier leider nicht zeigen. Ich schätze nach zwei Takten springt mir YouTube an und sagt, bitte löscht mal das Video. Leider. Was ich Ihnen aber zeigen kann, ist einer meiner Lieblingsfilme. Den habe ich sicherlich schon mal in vorherigen Videos erwähnt, aber ich mache es jetzt einfach nochmal, weil der Film so genial ist, den möchte ich nochmal für Sie mitnehmen. Nein, es ist nicht Gravity, es ist einer mit George Clooney und ich habe jetzt gehofft, die Sortierfunktion bringt mir den jetzt hier zu Tage. Geben Sie mir ein, zwei Sekunden, dann finde ich den. Ich rede von Up in the Air. Und während ich den Film hier hoffentlich gleich irgendwo auf dem Schirm habe, ich sortiere es nochmal durch, erkläre ich für diejenigen, die, die nicht kennen, worum es hier geht. Ich glaube, der hätte fast einmal einen Oscar gewonnen. Da ist er. George Clooney spielt ja einen Kündigungsspezialisten, der den Auftrag hat, Kündigungen möglichst rechtssicher vorzunehmen. Und sein Lebensinhalt besteht eigentlich nur darin, durch die Gegend zu fliegen und Flugmalen zusammen, bis er in der Szene, die wir uns gleich anschauen, diese Dame kennenlernt und dann so ein bisschen der Sinn des Lebens hinterfragt wird. Richtig toller Film und ich stehe ja drauf, wenn es nicht nur Krach, Bumm macht, sondern mal irgendwo einen Film hat, der inhaltlich mal ein bisschen was anderes ist. Nicht immer mit dem gleichen Rhythmus, vielleicht noch mit einem überraschenden Ende, nicht so diese Schwarz-Weiß-Charaktere. Ich finde das toll, dass man sich selber seine Meinung ein bisschen bilden kann. Da ist der Film einfach etwas interessanter, aber gut, ganz anderes Thema. Wir gucken uns mal hier eine Szene an und ich möchte Ihnen vermitteln, was die Storm hier draus macht. Und dann reden wir drüber, Unterschiede MK2, MK3, aber auch Chor 16 und die allererste Storm. Natürlich in Englisch. Und die Sekunde, die es gleich weg ist, das ist immer die Sync-Clock von der Storm, die sich hier nochmal drauflegt und alles dann dirigiert. Are you satisfied with my Storm? Yeah, I am. So, der Film läuft jetzt wie lang? Ich weiß nicht. Zehn Sekunden. Ich möchte Ihnen eine Szene zeigen, ganz am Anfang. Die ist gerade ein bisschen untergegangen. Das sind so die Kleinheiten, auf die ich wahnsinnig stehe, und die die Storm so fantastisch macht. Nochmal. Achten Sie auf die Eishürfel. Da passiert nichts Großartiges. Probier mal näher hinzugehen an den Center. Ich könnte es auch lauter aufdrehen, aber muss sich ein bisschen bewegen, wenn man den ganzen Tag hier nur sitzt. Ganz subtile Geräusche. Diese unschuldigen Eiswürfel da in seinem Glas. Ich hoffe, das ist Wasser. Egal. Wir alle wissen, wie Eiswürfel klingen, wenn die in einem Glas rumschwimmen. Und wir alle können bewerten, ob das 1% weniger realistisch oder 1% realistischer klingt. Und das geht mir mit der Storm immer so, immer natürlich im Kontext von Raumpass, Lautsprecher, Akustik, Kalibrierung, logisch, deswegen kalibrieren wir es ja auch bei Ihnen und beraten Sie und so weiter, dass es hier einfach mit der richtigen Körperhaftigkeit und mit der feindynamischen Akkuratesse spielt. Und die Szene gefällt mir auch deswegen gut, weil sie es schafft, eine Atmosphäre aufzubauen durch ganz subtile Arrangements. Und das macht die Storm so fantastisch. Jetzt ist man ja häufig geneigt, als Hardware-Tester zu sagen, Sie hören mehr Details als bei anderen Vorstufen. Und subjektiv kann ich so eine Aussage nachvollziehen. Technisch ist es einfach so, dass die Storm, wenn sie richtig kalibriert ist, tonal richtig gut läuft und dann aber keinen Klang verliert. Eine Vorstufe kann nichts hinzufügen, genauso wenig wie ein Kabel. Es geht nur darum, habe ich durch alles, was ich vorher mache, irgendwo so einen Filter, der sich drauflegt. Weil bei vielen anderen Gräten, auch eine Marans 8805, super Vorstufe, solange ich die eins zu eins durchlaufen lasse. Wenn ich aber anfange hier mit EQing, also die grafischen EQs oder mit Odyssey zu arbeiten, auch bei anderen Vorstufen, dann ist immer die Frage, um die letzten Feinheiten, geht es auf die Dynamik, geht es auf die Auflösung? Und bei der Storm höre ich wirklich alles, was auf der Aufnahme drauf ist. Und es spielt hier im Hintergrund noch ein Piano. Und klar höre ich das auch bei der 8805 oder bei einer AVM 90. Aber die Frage ist immer nur, wie klar, wie akzentuiert, wie feindynamisch spielt denn dieses Piano im Hintergrund? Und dann auch dieses Tippen, merkt man, wie alt der Film ist, auf dem Handy. Fantastisch. Im Übrigen, ich frage mich echt, wie, also ich freue mich wirklich mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin und sehe eine Frau, die so an der Bar sitzt mit ihrem Mietwagenschlüssel hier, den steckt doch jeder in die Tasche. Aber, also, ich finde die Szene so genial. Auch das Gespräch, was jetzt kommt. Und die Stimme von George Clooney. Kräftig, rau, korpulent, aber trotz allem irgendwo mit einem gewissen Charme. Wird fantastisch umgesetzt. Es gibt Geräte, die fangen da an, die so ein bisschen obertonorientierter spielen, ein bisschen untenrum dünner zu werden. Nicht weich zu zeichnen, sondern einfach nur dünner. Dann wirkt die nicht so wie hier. Da bleibt die Storm voll bei der Sache. Baut auch die Feindynamik rein. Es ist einfach fantastisch. Ja, jetzt sieht es ganz kleine Klimpern, als sich hier diesen Anhänger bewegt. Das ist dieser Punkt. Ein Prozent mehr Realismus, ein Prozent mehr im Film. Das ist jetzt im Hochtonenbereich wieder ein bisschen mehr präsenter abgemischt und klingt ebenfalls nicht nach Lautsprecher oder nicht nach Elektronik, einfach nicht nach Kompromiss. Das sind nur Nuancen, aber die machen es aus. Jetzt gibt es übrigens noch was, was zu den Eiswürfeln passt in der nächsten Szene. Das ist so fantastisch. Ich wiederhole mich jetzt. Ich lasse mal weiterlaufen zu der Szene, die ich Ihnen zeige. Kann man ein Wasser-Wodka-Glas cooler halten wie George Clooney? Nein. Und da noch so lässig die... Ey, Körperhaltung. Genial. Das Schöne ist, Storm Audio macht es hier so, wir haben so ein Grundrausch in der Szene, dieses Piano, was ich vorhin erwähnt habe. Und wenn Sie dazu mit Storm Audio XT draufballern und die Lautsprecher, die sonst nicht mitlaufen, jetzt so diese Grundgeräusche mitkriegen, dann haben Sie eine wunderbare, räumliche, aber immer noch subtile Erweiterung. Es verändert nicht die Intention des Regisseurs so, dass man auf einmal einen Film hat, der vom Surround-Algorithmus komplett neu interpretiert wird. Das gefällt mir an Storm XT sehr gut. Das kann, je nach Geschmack, wirklich eine sehr bereichernde Funktion sein. Es ist eine Reihe von Sch***boxen. Ich weiß nicht, wie sie noch in Business sind. Ich bin Ryan. Ich bin Alex. Die Stimme von George Clooney. Das ist so richtig, ich bin ja keine Frau. Aber es ist wirklich sehr schön anzuhören. So richtig schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Intonationslage von George ist, aber es klingt einfach richtig unangestrengt, entspannt, kraftvoll, souverän. Und das so rüberzubringen, klar, liegt auch im Lautsprecher. Wir haben jetzt hier die Universe 9 mit einer digitalen Frequenzweiche. Das macht so wahnsinnig viel aus, wenn man auf die Lautsprecher direkt draufgehen kann, auf Mitteltöner, auf Hochtöner, perfekter Zeitangleich. Keine frequenzweichen Bauteile mehr dazwischen, mit Reamping. Und das dann noch dirigiert von der Storm. Fantastisch. Und dann, das ist die Schwester-Szene zu den Eiswürfeln. Kreditkarten auf dem Tisch. Kann man auch nachvollziehen, wie das klingt. Auch hier wieder, es klingt nicht so hell und schepperig, sondern einfach realistisch mit dem richtigen Maß an Körperhaftigkeit. Einfach sehr gute Szene, fantastisch umgesetzt. Das ist das, auf was ich wahnsinnig stehe, aus einer entspannenden Szene. Nicht mit Gewalt viel rauszuholen, sondern dieses einbeziehende, atmosphärische Aufbauen. Dass es eben kein Surround-Gewitter braucht, dass nicht die Welt jedes Mal untergehen braucht, damit man von den anderen Lautsprechern drumherum was merkt. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass wir hier einen relativ leisen Beamer haben. Weshalb ich jedem Kunden immer empfehle, wenn es irgendeine Chance gibt, pack den Beamer raus. Das macht mitunter mehr Unterschied als zwischen verschiedenen Elektronikgeräten, muss man auch ganz klar sagen. Das ist immer das Gesamtkonzept. Und wenn man da einen Storm reingibt, dann höre ich wiederum, wenn der Beamer draußen ist, noch mehr Feinheiten. Das nehme ich auch gerade mal kurz im Anlass, über die Vorstufengeneration zu sprechen. Bei der MK2 habe ich im Video gesagt, es gibt keinen Unterschied zur Einser. Und mit dem heutigen Wissen und den Hörerfahrungen, die wir gemacht haben, muss ich sagen, auch im Hinblick auf MK3, der Unterschied zwischen MK1 und MK2 war sogar noch größer. Ich habe mich hier damals absichtlich dazu entschlossen, kein Fass aufzumachen und über minimale Klangnuancen zu sprechen, die auf so einem hohen Niveau liegen, dass die die allermeisten Heimkinos wahrscheinlich gar nicht umsetzen können. Denn schon die MK1 hat so ein granatenmäßiges Klangniveau, dass wenn jetzt nicht die Raumakustik auf den Punkt spielt. Also hier haben wir zum Beispiel ein DBA mit 0,1, 0,2 Sekunden Nachhaltzeit, super Frequenzgänge, super Endstufen, Lautsprecher übrigens 9.dba.6 Aufstellung. Aber wenn jetzt jemand kommt, der überhaupt keine Raumakustik hat oder Center unter der Leinwand, dann ist die Homogenität sowieso schwierig bis unmöglich. Standlautsprecher sowieso schwierig in einem Heimkino, finde ich. Oder Rückenlehnen, die hoch sind, die zurückreflektieren. Dann brauchen wir uns nicht ernsthaft über riesengroße Unterschiede unterhalten. Und von der MK1 zur MK2 war der große Unterschied, die Lautstärkestellung, die wurde komplett geändert. Bei der 1er war die auf digitaler Ebene. Mit dem Ergebnis, Gerät hat sie nicht gerauscht. Und die 1er, die war so ein bisschen eher in diese Richtung kippend, die ich vorhin beschrieben habe, eher ein bisschen härter, ein bisschen aggressiver. Hat aber auch dem einen oder anderen speziell deswegen auch gut gefallen. Die MK2er, die war komplett rauschfrei, war etwas audiophiler oben rum. Und die 3er geht diesen Schritt um ein, zwei Prozent weiter. Sie klingt obenrum nochmal unangestrengter, ein bisschen offener. Untenrum sind die beide wahnsinnig ähnlich. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Von der Dynamik her auch gleich. Es sind wirklich ganz kleine Nuancen im Hochtonbereich. Aber jetzt nichts, wo ich ernsthaft irgendeinem Kunden sagen würde, geht von der MK2 auf die MK3. Ich glaube, da würde ich mich sogar weigern, weil ich keine Lust habe, hier irgendeinem Kunden so ein Upgrade zu empfehlen, wo man nachher nur Geld bezahlt. Dann lohnt es sich viel mehr, in den allermeisten Fällen über ein Stromkabel nachzudenken, obwohl ich wirklich kein Voodoo-Fan bin. Aber je nach Konstellation kann man darüber, auch wenn es sonst alles passt, nochmal reden, aber noch viel besser zum Beispiel Powerconditioner. Der holt garantiert mehr raus wie der Mini-Unterschied. Zumindestens mal ist die MK3 nochmal einen Hauch, den ich jetzt nicht weiter diskutieren möchte. aussagekräftiger obenrum, entspannter zu die Richtung, aber wirklich nichts, worüber man sich jetzt ernsthaft drüber unterhalten sollte. Ich bin mir sicher, in dem Blindtest würde meine Trefferquote nicht besonders hoch liegen. Wahrscheinlich, je nach Hörsituation, würde ich wahrscheinlich gar keinen Unterschied groß hören. Wenn ich es weiß, dann meine ich mir das so rauszubilden. Also nichts, worauf man jetzt groß eingehen sollte. Jetzt habe ich noch was Tolles für Sie. Ich bin also ein absoluter Halloween-Fan. Also ich meine jetzt das Event selber, nicht den Film. Aber dementsprechende cineastische Werke sind sehr willkommen. Und es ist total cool. Ich kann es nur jedem Film-Fan empfehlen, einmal im Jahr nach Orlando zu reisen, in die Universal Studios und dort diese Horror-Houses zu besuchen, zu den Halloween-Horror-Nights. Ich hoffe drauf, ich gehe da jedes Jahr hin, gebe mir das als mein Herbst-Winterurlaub, eine Woche volle Kante, dass die da wieder ein Stranger-Things-Haus aufbauen. Und Hellfest ist ein Titel, der diese Thematik aufnimmt. Praktisch so Horror-Labyrinthe, wo man durchgeht, das ist immer thematisch aufgebaut und da wird man von so Erschreckern dann hier immer zu Tode verängstigt. Und Bild- und Toneffekte, es ist so unglaublich intensiv. Das ist das Einzige, was ein Heimkino tocken kann, wenn sie durch ein Stranger-Things-Horror-Labyrinth durchlaufen und sehen Sie es. Wow! Der Film kommt da schon relativ gut ran und den nehme ich als Beispiel, Ihnen mal die andere Seite von der Storm zu zeigen. Der hat übrigens sehr gute Atmos-Effekte. Sind die Haare im Weg? Surviving Hell. Das ist doch mal ein vielversprechendes Kapitel. Natürlich mache ich jetzt nicht Licht aus und Bild groß, es geht jetzt um die Idee, dass Sie wissen, was beschreibe ich hier eigentlich. So, und dieses Dramaturgische mit den Streichern. Ich kann nur so eine Sekunde genug erzählen. Das höre ich sofort raus, dieses und dann hören Sie die Streicher und dann bumm. Felsenfest. Klar, bringt nichts, wenn da ein einzelner Subwoofer ohne Raumakustik vor sich hinschwabbelt. Dann hören Sie auch keinen Vorteil von der Storm raus. Aber wenn die in so einem Raum wie hier agiert, fantastisch. Sie kennen so Szenen. Ja, wo dann genau diese kleinen Geräusche, wenn er mit dem Fuß auftritt und diese Räumlichkeit, die hier erschaffen wird. Das System spielt so wunderbar räumlich. Und warum spielt es räumlich? Zum einen, Sie können die Distanzen perfekt über D-Rack einmessen lassen, und nochmal nachregeln. Aber zum anderen haben Sie auf allen Kanälen eine wahnsinnige Homogenität. Es ist nicht so, dass da irgendwo anders jetzt andere Wandler für die Frontkanäle dran sind. Oder selbst der Punkt, glaube ich zumindest, dass wir dort bei Storm Audio jetzt keine Mono-Wandler haben, sondern alle zusammen mit dem identischen Zeitverhalten durch verschiedene Boards durchgehen. Eine Glock sorgt für so eine Homogenität, dass so eine Szene wie hier, ich lasse die mal weiterlaufen, einfach dieses Kuppelfeeling, par excellence beat it. Es ist so fantastisch. Und dann dieses Wum, also gerade eben diese, was auch immer das für ein Instrument war, Trompete, irgendwie sowas, mit so einer Dynamik noch draufgelegt wird, aber nicht so schrill, sondern einfach al dente, genauso wie es sein soll. Nicht aufträglich, sondern präsent. Die Szene ist so toll. Und gerade hier dieser krummelnde Bassteppich und diese allgemeine Tension Music, wie man das nennt, wenn Sie das mit Storm Audio XT wiedergeben auf Lautsprecher, die dann noch darüber hinausgehen, das wird dort alles mit übernommen. Dann haben Sie es noch räumlicher und jetzt die einzelnen Effekte, die jetzt kommen, zum Beispiel spricht es jetzt gleich direkt hier über mir aus den Atmos-Lautsprechern von oben runter. Es ist eingehenlos. Und das bleibt dann auch mit Storm XT dort. Das ist, wenn Sie jetzt das Ganze runterrechnen würden auf PCM mit 5.1 und dann Hochblasen mit Auromatik, dann haben Sie nicht diese Lokalisationsschärfe. Dann kommt die Stimme. Ich habe es ja mal gezeigt in einem Auro-Special. Nichts gegen Auro, nur das Prinzip Atmos runterrechnen mit Auro hoch, da geht halt nun mal die Lokalisation verloren. Auch wenn es technisch erlaubt wäre oder rechtlich zu sagen, wir dekodieren Atmos und packen dann Auro drauf, es geht noch nicht. Das kann auch keine Storm derzeit. Deswegen gibt es ja Storm XT. Und so eine Szene wie hier, Sie merken schon, was ich jetzt natürlich sagen will, diese Tür, dieses richtige Knarzen, auch wieder, denken Sie an die Eiswürfel, denken Sie an die Kreditkarte. Macht einen Unterschied, wenn es einfach richtig nach der Tür klingt und nicht als ich möchte so ähnlich wie eine Tür klingen, sondern es ist so, als ob da eine Tür hinter der Leinwand aufgeht. Es macht so einen Riesenspaß. Das meinte ich mit die Stimme, die von oben kommt. Ja, und dann gibt es so kluck, 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 kluck. Es ist so fantastisch. Das kommt dann auch so wie so eine Klangwolke. Also ich habe bei einer Storm selten das Gefühl, außer man hat wirklich mal einen Kunden, der die lieblos in den Wohnraum reinklatscht, dass man jetzt sagen kann, okay, da steht ein Lautsprecher und da steht ein Lautsprecher im Sinne von, es baut sich keine Kulisse auf. Wenn Sie raumakustisch Ihren Job gut machen, dann ist die Storm die Tür, die Sie obendrauf träufeln. Es ist einfach fantastisch. Und das führt halt zu diesem Effekt, den ich so an unserem wunderbaren Hobby liebe, wenn ich nicht gerade durch Horrorhäuser durchrenne, dass man hier wirklich so dieses Gefühl hat, Sie gucken sich so eine Video-Wall an, es kann ja auch jetzt Zapiti-Server sein oder Netflix und überlegen sich, es ist quasi wie ein Flughafen. Sie sitzen hier abends nach einem harten Tag statt Afterwork-Party nehmen Sie sich was hoffentlich nicht so Ansetzendes zum Essen mit oder Ihr Bierchen und sagen sich, okay, komm, möchte ich jetzt einen Ausflug machen hier nach Nordamerika und mal gucken, was passiert mit den Dinos oder möchte ich jetzt nach Hogwarts dieses Gefühl wie am Flughafen, wohin möchte ich jetzt fliegen, in welche Welt möchte ich abtauchen, hier in diese fantastische Welt, sehr viel Kreativität dabei, wie schon vorhin Hogwarts, sondern hier nach Mittelerde, das ist dieses Gefühl mit, Sie werden ganzheitlich mitgenommen und damit dieser Punkt erreicht ist, klar, ist es die Entität, so wie hier in diesem Classic-Lein-Studio, wo wir sagen, wir machen das ganz schlicht mit schwarzen Akustik-Vorhängen, wo Sie dahinter Akustik montieren können mit Absorber, Diffusoren, Lautsprecher, die praktisch sind, die günstig sind, die restlich schluckend sind, die schön aussehen, an denen Sie sich nie satt sehen, die jetzt keine Modeerscheinung sind, so ein Raum wie hier, wo Sie in gutem Abstand sitzen zur Leinwand, mit einem guten Projektor, auf den Punkt kalibriert, mit einem guten Akustiksystem und für solche Fälle ist die Storm, auch, das macht keinen Unterschied, ob wir von der MK3, von der Core 16 oder MK2 sprechen, ist eine Storm das i-Tüpfelchen. Wenn Sie alle schon haben und sagen, komm, jetzt möchte ich nur, also ich kann es nur empfehlen, natürlich kann man auch mit anderen Vorstufen wahnsinnig Spaß haben, auch mit einer Yamaha CX-A5200 haben wir den letzten tolles Kino gebaut, aber es ist halt mit einer Vorstufe, die ich perfekt anpassen kann, die keinen Eigenklang drauflegt, die das drauf lässt, was drauf ist, wo ich die Details alle habe, die Strukturierungstiefen, die Dynamik, die Auflösung, das kräftige untenrum, einfach nochmal dieser letzte Schritt, egal ob das nur ein halber Schritt ist oder zwei Schritte, es ist einfach nochmal ein bisschen näher dran und wenn man das wertschätzt, ich liebe es. Ich muss was nachholen. Vorhin in der Einführung habe ich vergessen zu erwähnen, wir sind Distributeur von Storm Audio in Deutschland, falls Sie es noch nicht wussten, im Sinne der Transparenz. Aber ich habe auch bei diesem YouTube-Video meine typischen Standards eingehalten, authentisch, ehrlich, hoffentlich auch aus Ihrer Sicht kompetent, um Sie darüber zu informieren, was kann so ein Gerät und was kann so ein Gerät nicht. Das Schöne ist, auch wenn wir für den deutschen Markt verantwortlich sind, sehe ich hier keinen großen Interessenskonflikt, hier ein gutes Video zu machen, denn das Produkt ist von vorne bis hinten rund und es ist verdammt gut. Wir bauen nicht umsonst so viele professionelle Heimkino mit einer Storm Audio. Am liebsten würden wir gar nichts anderes mehr verkaufen, jetzt aus technisch-akustischer Sicht, weil die Kinos allesamt, wo so ein Produkt drin ist, super klingen. Aber nicht falsch verstehen, das heißt nicht kaufen Sie sich eine MK3 und bei Ihnen geht sofort die Sonne auf, das ist immer eine Frage vom Gesamtkonzept. Aber es macht es uns einfach, hinter dem Produkt zu stehen, wenn es so verdammt gut ist und in dem Zusammenhang will Sie nicht nur für Sie als Endkunden gerne Ansprechpartner, sondern auch für unsere geschätzten Händlerkollegen, die Lust haben, auch Ihre Projekte mit so einer Vorstufe aufzuwerten. Generell, Thema MK3. Als ich die ersten Presse-News oder so Insider-Infos von den Storm Audio-Jungs bekommen habe, dachte ich mir, meine Güte, darauf hat die Welt jetzt nicht gerade gewartet, zumal ich jetzt sehr kritisch sehe, dass die MK2, die wirklich gut ist von der Optik von allem, die wurde gut angenommen, ich habe es nicht verstanden und verstehe es immer noch nicht, dass die nach nur zwei Jahren Produktlaufzeit jetzt schon durch eine Dreie ersetzt wird. Da finde ich, muss Storm Audio so mehr Kontinuität in ihre Produktpalette reinbringen, pflegen tun die das Zeug sowieso, aber ich denke, man kann da einfach noch etwas langsamer mit neuen Produkten sein, weil es tut einfach keine Not. Letztendlich haben wir hier dasselbe Produkt, minimalste Änderungen, über den Klang brauchen wir nicht mehr groß sprechen, das hatten wir schon in der letzten Rubrik. Ja, aber ich denke, auf der anderen Seite sollte man auch nicht den Fehler machen und jetzt die 1.000 Euro, die sie mehr bezahlen, hier für die MK3 auf das Display beziehen. Um Himmels Willen. Ich denke, die 1.000 Euro wären so oder so gekommen, selbst wenn Storm Audio keine Neuerung gemacht hätte. Nur, sie wollten das neue Design, die neue Formsprache in die Welt bringen. Bitte schön. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde das richtig cool, obwohl ich auf den ersten Bildern, ich wurde ja auch gefragt, Mensch Lars, was hältst du davon? Und ich so, macht es doch bitte schlichter. Ich glaube nicht, dass die überwiegende Mehrzahl, gerade hier in Deutschland, wir mögen es ja eher dezent, man braucht ja so bloß die Autos anschauen. Wer fährt denn heute schon ein Luxusauto mit einer schreienden Farbe? Oder Oberklasseauto? Mit Ausnahme von Kleinwagen, wo immer was Rotes oder was Gelbes dabei ist, fährt keiner sein 5er BMW in einer anderen Farbe als Weiß, Schwarz oder Grau. Fast. Und deswegen bin ich mir mal echt gespannt, wie diese gezackte Optik bei Ihnen ankommt. Sie können gerne mal bei Facebook reinschauen, da verlinkt man auch das Video, da treten wir mit Ihnen, mit unserer Community in Kontakt. Ich mache auch regelmäßig FAQ-Videos, gehe auf das ein, was Sie uns da zurückgeben. Und ich bin gespannt, wie die Optik bei Ihnen ankommt. Ist natürlich Geschmackssache, aber in der Praxis muss ich sagen, ich mag es. Also wenn man das ein bisschen exponierter irgendwo hinstellen will, vielleicht sogar noch mit der passenden Endstufe, dann ist das etwas spannender als die Vorgängervariante, die halt weniger auffällt und etwas vielleicht geschmeidiger integrierbar ist. Aber es zeigt schon alles, wenn ich jetzt über sowas in einem Fazit sprechen muss, denn ansonsten ist es nach wie vor das gute Allround-Package, wo Sie alles bekommen. Und der Gedanke ist halt hier nach wie vor, einmal eine geile Vorstufe kaufen, die trotz des hohen Preises sich dadurch rechtfertigt, dass Sie lange Zeit einen super Klang haben mit allen Features, die Sie jetzt oder später brauchen. Und da fällt auch die MK3 rein. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich schon immer jemand bin, der sagt, ich zahle lieber noch mal mehr und habe dann das Beste. Und deswegen, wenn Sie bei uns anrufen, da sind Sie herzlich willkommen, genau wie auch unsere Händler-Kollegen, werde ich eher tendenziell zur MK3 raten als zur Core 16. Denn die MK3 kostet nicht so viel mehr und Sie haben zum einen die Lizenzen mit dabei, gerade für Storm Audio XT und zum anderen, Sie sind flexibel. Sie können später auf 32 Kanäle hochgehen und ich habe Storm Audio schon immer gesagt, macht die Core 16 entweder noch mal einen Tacken günstiger, dass die weiter auseinander liegen oder macht von mir aus wenigstens das Software-Paket noch mit rein. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal, weil so sind die so nah zusammen, dass meiner Meinung nach die Core 16 nur dann interessant ist, wenn zwei Dinge stimmen. Wenn man weiß, ich brauche niemals mehr wie 16 Kanäle, was ja auch schon eine Menge ist und Nummer zwei, man braucht gerade fürs Wohnzimmer einfach ein kompakteres Gerät. Dies hat noch mal ein paar Zentimeter kleiner. Sonst, sage ich, ist das hier das beste Package in der Preisklasse bis 20.000 Euro. Es gibt die ein oder andere Vorstufe, die auch hier rumschwirrt, die auch gut sind, aber in der Gesamtheit Modularität, Zukunftssicherheit, Klangqualität, manuelle Einstellbarkeit, gute, flexible Raumeinmessung, guter Firmware-Support, lange Garantie, gibt es nichts Vergleichbares auf dem Markt. Deswegen verkaufen wir so viele MK3s in unsere Heimkinos. Vielleicht auch bald bei Ihnen, bei Fragen rund um das Produkt einfach anrufen. Ich stehe gern für einen kleinen Plausch über Heimkino-Vorstufen zur Verfügung. Bei uns im Onlineshop kriegen Sie auch noch mal viele Infos mit Produktvideos, auch hier zu MK3. Da berichten wir es noch mal aus einer anderen Perspektive. Und ansonsten freue ich mich, Sie hier dann wieder auf YouTube bei den nächsten Videos begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. zu Untertitelung des ZDF, 2020